Heute möchte ich euch erzählen, wie ich eine Bitttaube nähe. Für unser Fotobett, also als Spasshaube, soll das nachher benutzt werden. Ich habe zuerst über den Kopf von Ohr zu Ohr gemessen. Aus diesen Maßen habe ich hier diesen Kreis gemacht. So, habe verschiedene Größen hergestellt, für Männer, für Kinder, für Frauen. Dann wird, achso, ich habe dann noch ein, weil früher wurden ja so Namen eingestickt. Und die Alternative, ich habe mir eine Schablone gekauft und habe mit einem Stift drauf gemalt. Mit einem wasserfesten Stift. Sieht das alles noch so ein bisschen nach älter aus. Dann wird die Spitze am Rand angenäht. Die habe ich mir im Internet bestellt. Die geklöppelte Spitze. Die wird am Rand befestigt. Und wenn die am Rand dran ist, dann wird von der Innenseite, so zwei Zentimeter weg von der Spitze oder vom Rand, wird dieser Gummi angenäht. Da habe ich vorher meinen Kopfumfang gemessen. Also 57 Zentimeter, habe mir 57 Zentimeter Gummi abgeschnitten und dann angelegt und den Stoff etwas hier rafft. Und dann kann man die Mütze schön aufsetzen. Wenn man jetzt für Männer braucht, ich habe meinen Mann den Kopfumfang gemessen und da werde ich dann nachher den Gummi zuschneiden. Und dann hat man für jedermann so Häubchen. Ja, kann man zum Karneval nehmen, aber wie gesagt, wir wollen die ja für unser Fotobett benutzen. Und dann kann man sich verkleiden und spassern. Und dann kann man sich verkleiden und spassern.